Silvia, Silvia, Silvia! Und ja, let's go! Wir können starten! Auf geht's! Der erste Spieler? Spanisch? Zentral-Mittelfeld? Monaco? Fabregas! Let's go! Der erste Punkt! Gut, bro! Spielst du FIFA? Ja, manchmal. Ultimate Team? Nein, ich weiß nicht, was der Name ist. Aber wenn du in der Saison spielst, wenn du 20 Punkte wählst, dann gehst du hoch. Hichalisson! Abgelenkt! Sorry! Hichalisson? 1-1? 1-1! Ja, 1-1! Genau! Der kann auf Deutsch! Wir können doch Reutschulein, Leute! Let's go! Nächster Spieler? Wieder ein Brasilianer? Zentralbank? Chelsea? Thiago Silva! Wow! Thiago Silva! Vor dem Brasilianer! Gut! 2-1! 2-1! Aber er ist nicht schnell! 60 Pace! Ja! Er weiß gar nicht, was ich sage! Okay! Es geht weiter! Dann haben wir wieder in Spanien! Right back! Jesus Navas! Jesus Navas! Mano! Das war gut, bro! Sehr gut! Du spielst beim Ultimate Team mit FIFA? Du hast deine eigene Karte? Pro Spieler? Ja! 99 Rating? Ja! Let's go! Wir können! Okay! Wir haben Brasilianer! Liverpool? Fabi! Ja! Die Special-Karte! Headliner! Normalerweise ist er ja ZM! Aber das wusste er natürlich! Das wusste er natürlich! Weil er ja auch FIFA verzockt! 3-2 für dich! Spanien! Oder Silva? Silva! 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 Alles besser war der ZM! Ja! Silva! 4-2! 4-2! Ja! 4-2! Aber ich wusste nicht, welchen Namen! Ganz deine Meinung! Wie ist das? Das ist einfach mitmachen, Leute! Ich verstehe nix! Wie ist das? Brasile! Paris? Brasile! Nehmer! Warum ist das? LM? 側-Mittelfeld? M? Mittelfeld! Okay! 5-2! Wir haben 3 Spieler! Nach rechts, Spanisch. 5-2, also ich kann es nutzen. Wow, das ist zu falsch. Ja. Das ist gut, Mann. 5-3. Und wir haben... Stürmer. Auf Deutsch. Du musst zwei Punkte bekommen. Also, los geht's. Goalkeeper. Ederson. Er war fast. Ja. 5-4. Ich werde dir gewinnen, Mann. Nein, nein. Meine Team. Vielen Dank. Letzter Spieler. Du musst den Punkt bekommen. Spanisch. Sancho Hamus. 5-5. Okay. Mann, ich habe es in der Zeit, um 5-5 zu empfehlen. Endlich. Ja, auf jeden Fall eine gute Aufholjakt hier gewesen. Hat er nochmal aufgeholt. 5-5. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns beim Unentschieden. Die Jungs werden noch eine kleine Partie gleich spielen. Und dann gucken wir mal, wer da gewinnen wird. Deshalb lasst mal gerne jetzt einen Daumen nach oben auf das Video da. Danke Jungs, dass ihr mitgemacht habt. Bitteschön. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.